Hallo und herzlich willkommen bei den Blockchain Brothers. Heute eine Sondersendung am Mittwoch, den 11. März, denn die österreichische Bundesregierung ist am 10. März, gestern Nachmittag um 13.30 Uhr geschlossen, vor die Kameras getreten, vor eine Pressekonferenz und hat Sanktionen für das gesamte Land verhängt. Und ich möchte heute analysieren, was das heißt. Nicht nur eine persönliche Einschränkung, sondern tatsächlich haben sie mit diesen Sanktionen zahlreiche Insolvenzen unterschrieben. Bitte einfach dranbleiben, ich komme gleich wieder. Nochmal hallo und zurück und doch etwas ein ungewöhnliches Video, ein ungewöhnlicher Tag. Heute ist Mittwoch, der 11. März und ich glaube, da dürfen wir uns ganz, ganz rot im Kalender eintragen, denn dieser Tag wird unsere Zukunft verändern. Und ich würde euch auch bitten, dass ihr heute dieses Video bis zum Schluss anseht, denn alle Informationen sind heute wichtig und auch eingepackt. Und nicht nur, dass es uns auch privat erwischt, sondern zahlreiche Unternehmer werden hier richtig federn lassen in den Konsequenzen der österreichischen Bundesregierung. Und ja, da habe ich einiges vorbereitet, einfach beleuchtet von der anderen Seite her. Vielleicht ist der eine oder andere noch nicht daran gedacht. Ja, mit den Sanktionen, gestern ging es ja Schritt auf Schritt. 13.30 Uhr ist der Bundeskanzler, Gesundheitsminister und auch der Innenminister geschlossen vor die Kameras getreten, haben dreiviertel Stunde eine Pressekonferenz abgehalten und haben den nächsten Schritt der Coronavirus-Sanktionen fortgeschritten. Und das hat nicht nur zahlreiche Einschränkungen für uns zufolge, sondern es wird definitiv hier zahlreiche gute, große Unternehmen auch hier wegreißen und es wird eine Bereinigung des Marktes kommen. Und ja, es werden auch nach Kriegszeiten ähnliche Zustände erinnert und wenn man die ältere Generation darüber fragt, sagt man ja, jede Generation hat ihre Schwierigkeiten gehabt und wir hatten sie noch nicht. Und ich glaube, dass der Coronavirus selbst die Erkrankung, wie ich auch in den vergangenen Videos immer gesagt habe, nicht das Problem sein wird, sondern die große Panikmache. Und da ist ja wirklich jetzt das Kernproblem aufgetaucht, denn definitiv hat die Sanktion der Bundesregierung nicht nur uns privat in Zukunft einzuschränken, sondern auch unternehmerisch und da tut mir wirklich jeder Unternehmer leid, denn es wird hier unternehmerisches Risiko beantragt und es gibt auch hier für diese Sanktionen keine Unterstützung. Zu den Fakten, es gibt absolut keine Outdoor-Veranstaltung mehr, die Genehmigt ist über 500 Personen. Jede Indoor-Veranstaltung mit 100 Personen sind absolut verboten, darf man nicht mehr abhalten. Das heißt, somit trifft es einmal alle Gastronomen, alle Veranstalter und jegliche Leute, die in einem Raum sich befinden mit über 100 Personen, darf in Zukunft nicht mehr abgehalten werden. Dann hat die Regierung natürlich auch noch vorgeschlagen, bitte nicht mehr Hände schütteln, den sozialen Kontakt fernhalten. Und das ist der wichtigste Punkt, der mich wirklich sehr, sehr trifft, ist, Sie haben Tor und Tür aufgemacht für jeden Krankenstand. Sie haben gesagt gestern bei der Pressekonferenz, wenn Sie sich nicht gut fühlen, ihr da draußen als Mitarbeiter, weil Sie zweimal HG gesagt haben, bitte bleiben Sie zu Hause, gehen in den Krankenstand. Und da frage ich mich, wo wird die Konsequenz für den Unternehmen das Risiko beantragt und gibt es hier eine Unterstützung und ich habe hier noch gar nichts gehört, sondern wenn heute der Mitarbeiter zu Hause bleibt, muss der Unternehmer den Gehalt weiter bezahlen. Ja, nicht nur, dass es jetzt zu schweren Maßnahmen auch finanziell der unternehmerischen Seite kommt, sondern es wird definitiv eine Marktbereinigung kommen und in jeder Branche wird es zahlreiche Insolvenzen geben. Diese Maßnahmen, was Sie jetzt getroffen haben, nicht nur das Italien unter Quarantäne steht, sondern die ganze Bundesliga wurde abgesagt. Jegliche große Veranstaltungen ist so ein wirtschaftlicher Schaden, der uns die nächsten drei, vier oder fünf Jahre sogar begleiten wird. Die nächsten drei Monate werden Unternehmen wegrationalisiert, ohne dass sie was dafür können, weil vielleicht a die Mitarbeiter zu Hause bleiben, b vielleicht keinen Import tätigen können, weil sie halt Baumaterial brauchen, weil sie heute irgendwelche Materialien oder Rohstoffe brauchen, um ihr Unternehmen gewinnbringend zu führen. Und dann wird natürlich auch noch die Auftragslage ausbleiben, weil es heute keine Möglichkeit gibt, hier die Bücher zu füllen. Und jedes große, gute Unternehmen überlebt so etwas zwei, drei Monate, die ganz starken sogar sechs Monate. Aber auch dann geht es an die eisernen Reserven und dann wird es passieren und dann werden die ersten Insolvenzen angemeldet. Und das finde ich sehr, sehr traurig durch solche Maßnahmen, denn wenn mir heute wer sagt, ich darf nicht meine Hände schütteln. Ich habe letztes Jahr, hat es in Europa 10.000 Tote gegeben bei einem normalen Virus. Wir haben nicht einmal noch annähernd 3.000 Tote. Und ich habe immer gesagt, nicht das Problem, das Coronavirus ist unser Problem, sondern die Panikwache darüber. Und das wurde heute bestätigt und beziehungsweise auch gestern bestätigt, dass es hier wirklich zu Insolvenzen kommen wird, das jetzt noch keiner am Schirm hat. Aber mit dieser Aussage hat gestern die Bundesregierung definitiv das Urtein unterschrieben. Nicht nur, dass die Leute hier motiviert, in den Krankenstand zu gehen, sondern tatsächlich auch wirklich verbietet, große Veranstaltungen zu besuchen. Und in der Veranstaltung mit 100 Besuchern werden nicht mehr erlaubt. Und das heißt natürlich schon, ein großer Einschätzung nicht nur in das Private, sondern auch in das unternehmerische Leben. Und wenn ich dann noch zahlreiche Politiker, grüne Politiker höre, die vielleicht noch sagen, bitte holt doch noch Frauen und Kinder über die Grenzen, dann muss ich wirklich sagen, bin ich hier im richtigen Land. Denn tatsächlich heißt es, wir haben jetzt ganz, ganz schwerwiegende Probleme zu lösen im österreichischen Land und müssen wirklich unsere Unternehmen unterstützen. Und wenn ich irgendwelche Leute, die ich nicht kenne, über einen Zaun, über eine Staatsgrenze hole, wo ich nicht weiß, ob die nicht vielleicht Corona infiziert sind, glaube ich, kann ich das in dieser Lage momentan nicht brauchen. Ja, in diesem Sinne möchte ich euch hier darauf noch einmal erinnern. Es ist ein kurzes, brillantes Video, aber bitte denkt darüber nach, ob ihr wirklich in Krankenstand gehen solltet. Ihr schadet aber einen zukünftigen Arbeitsplatz. Und ich finde es einfach schräg oder, ja, muss ich wirklich sagen, fahrlässig, was hier die Bundesregierung hier in Auftrag gibt. Freilich ist es schön, wenn man hier den österreichischen Staatsbürger schützen möchte. Aber hier sämtliche Veranstaltungen abzusagen und den persönlichen Eingriff der Unternehmen jegliche Substanz eines Weiterlebens zu garantieren, wird wirklich hier sehr, sehr schwierig. Denn Umsatz können die zahlreichen Unternehmen hier in nächster Zeit nicht erwarten. Und diese Konsequenz gilt ja bis am 1. April. Und das muss einmal der eine oder andere hier überleben. Ja, also ich würde darauf lieber auffordern, bitte denkt noch einmal darüber nach, ob man wirklich wie Gegenhatschi zu Hause bleiben soll. Von unternehmerischer Seite her tun sie mir jetzt schon alle leid. Und ich hoffe, dass es nicht gar so viel Insolvenzen gibt und das doch irgendwie die Runde kriegt. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zusehen und bis bald.